Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreude zu Spellforce, die Order of Dawn. Ja, hinter der letzten Auftrags-Session sind wir in Urgav angekommen. Jagen den dunklen Zirkelmagier. Und ja, sind auf jede Menge Feinde gestoßen, in Form von Kitai und anderen Sachen. Und hey, unsere Kisten sind wieder abgedunkelt, das ist geweiht. Naja, okay. Taggegner. Aber wenigstens scheint die Spawner hier normal zu funktionieren. Wir werden halt darauf warten, dass Ressourcen gesammelt werden, vor allem Nahrung. Wir werden erst einmal den Posten hier wegkriegen. Und uns hier langarbeiten können, dass wir dort den Ortbereich des Sumpfes leer kriegen. Bevor wir uns um die zwei oder drei Kitai-Ki-Talager im Süden kümmern. Und ich lerne irgendwann, wie man den Namen richtig ausspricht. Ja, aber wir müssen halt warten, bis unsere Pilze hier... ...wann eben wir einfach mal davon ausgehen, dass es Champignons sind und keine Giftpilze... ...fertig sind. Und ja, das ist halt wirklich die effektivste Art und Weise, gerade wie wir Nahrung kriegen können. Also haben wir zehn Leute, die Nahrung produzieren. Eure Gegendwehr ist vergebens. Für die Ehre. Vorwärts, Krieger! Die Schlacht ist nahe. Vor allem, weil die... Der Tod ist nur der Anfang! ...die Tare jetzt langsam etwas aggressiver werden. Gebt euren Befehl. Endlich! Sollten wir hoffen, dass es bald Pilze gibt. Damit wir wenigstens mal auf 30 oder 40 hochkommen. Damit wir ein paar Kriegsherren... ...so hauptsächlich Kriegsherren und Dekrobanden wahrscheinlich... ...werden wir brauchen. Oh, da kommt ein großer Angriff. Also was heißt ein großer Angriff? Es sind drei Stück. Oder auch noch Level 19, ne? Für die Ehre! Nächstes scheint die sich zu heilen, obwohl keine Nahrung da ist. Oder das macht der Lebensentzug. Vorsicht, Gegner! Vorsicht, Gegner! So, mal kurz gucken, wenn ich mich hierhin stelle... ...ob ich dann da drüben ein bisschen was aufdecken kann. Ja, aber nicht viel. Okay. So, ich bin jetzt hier. Ja, hoffen wir, dass bald mal Pilze erntebereit sind. Lasst uns kämpfen. Und so wie es aussieht, war das der Lebensentzug, der ihn geheilt hat und nicht das Nahrungslager. Ja, genug Fläche zum Anbauen habt ihr für Pilze. Und da sollten, sobald mal welche reif sind und ihr anfangt zu ernten, sollte da verdammt viel Nahrung bei rumkommen. Das ist halt das Tolle an den Pilzfarm. Sie haben eine lange Anlaufzeit, also auch die Farmen von den Menschen, aber dann, sobald es mal losgeht, gibt es verdammt viel Nahrung. Also ja, jetzt scheint es los zu gehen. Lasst uns kämpfen. Ja, jetzt werden sie die ganze Weile nur am Sammeln sein, bevor sie dann wieder aussehen. Ja, guckt. Wächst ziemlich gut. So, das kann ich schon mal nutzen, um mal ein paar Todesritter zu rufen. Ich werde 10 Todesritter rufen. Und jeweils 15 von denen wahrscheinlich. Und ja, das ist ein Todesritter mit so einem Rabenschnabel. Gebt euren Befehl. Eine der stärkeren Dunkel-Elfen-Einheiten eben. Okay, der will durchbrechen. Für die Ehre. Vorwärts, Krieger! Standhalten, Männer! So, packen wir fünf Kriegsherren dazu. Und ja, noch haben wir sehr viele Pilze zum Einsammeln. Kriegsherren ausbilden dauert halt auch seine Zeit. Oh, unser Eisen hier wird langsam etwas weniger. Ach, Aria ist nur noch ein einziges Becken. Okay. Oh, Mondsilber sieht auch nicht gerade gut aus. Das Aria ist da oben fast alle. Aber wir haben einen schönen Vorrat an Ariat uns zurechtgelegt. Oh. Oh. Ein feiger Angriff. Eure Gegenwehr ist vergebens. Für die Macht Norrs. Der Tod ist nur der Anfang. Lasst uns kämpfen. Silbern glitzert der Tod. Okay, brauche ich zwei neue Assassinen erst mal. Oder nehmen wir zwei Kriegsherren. Da setzen wir die Assassinen dort drüben durch Kriegsherren, die mit Ämmerna ausgestattet sind. Lassen Sie sie nicht warten. Okay. Ja, zwei Händiger Mondsilber kriegst haben wir. Mondsilberschwert, aber du trägst kein Mondsilberschwert mehr. Hab ich die mit dem Upgrade. Ja, scheinbar. Lasst uns kämpfen und Ehre. Die Schlacht ist nahe. Wir sind der Tod. Also wir haben mal eine Merke. Wir kriegen ordentlich Nahrung. Nahrung ist Middons. Vorsicht, Gegner. Geht Silbern beflitzt. Der Tod. So, nochmal fünf Kriegsherren. Für die Macht Norrs. Ja, lassen wir sie nicht warten. Ist mit uns. Die Schlacht ist nahe. Ja, aber so wie das mit unseren Pilzen hier aussieht, könnten wir noch gut und gerne die 1000 für die nächste... ...das nächste Upgrade erhalten. Und dann bin ich echt mal gespannt, was uns noch an Bauplänen fehlt, außer dem großen Haupthaus. Und den beiden Units, ich weiß es nämlich nicht mehr so genau. Oh, das ist ein größerer Angriff wieder. Das ist ein größer Angriff. Der Tod ist nur der Anfang. Eure Gegenwehr ist vergebens. Lass uns kämpfen. Lass uns kämpfen. Gebt euren Befehl, lassen wir sie nicht warten. So, da setzen wir die da unten mal durch zwei Nekromanten. Und ja, Hexenmeister haben wir halt noch nicht. Wie steht inDA? Dasежд Betty. Ausatmen. Ooooooooh!